Ja, Felix und ich machen jetzt eine Tour mit wirklich minimalistischer Ausrüstung. So, jetzt geht es ein bisschen bergauf. Die, voll verschwitzt hier. So angekommen sind, da haben wir ein kleines Päustchen. Die sind ein Landstreifer, so. Genau. Jetzt gehen wir runter. Da hier, schrottlich. Meter. Und dann nach dem... Jetzt sind keine Wanderautobahnen hier. Wenn ich die Beziele aber nicht bei uns geübt halten. Ja, da machen wir die Videos. Vielleicht auch für morgen noch. Die meisten sind ein paar Päustchen. ja, wir können noch mal was essen in den Taschen was dann? hier haben wir uns hee Felix hat noch keinen Hunger der haut heute Abend rein, nervig traurig Ich freue mich hier vor dem Da oben ist was. Da oben ist Stahl. Das ist dann, dass ich draufhebe. Jetzt habe ich dann eine weiche Fläche obendrauf nachher. So, Felix ist noch am Tüftel. Das deckt dann halt die Unterlage. Sieht sich auch gut an. Schön weich. Er gibt noch schöne Pfannsich. Schöner Pfann.